so willkommen zurück im schlachthaus willkommen zurück auf der penis map hier bei regfest mit jack und phil ich habe den stadt verpennt und das war nicht gut für jack weil der erst mit direkt hin drauf gefahren ja habe ich will gesagt ja ja im herzen immer dabei geräumt richtig geilen 360 gemacht das war ein richtig neister 360 bei mir wie sehr schön ich dachte es geht darum dass wir uns gegenseitig auch ein bisschen wegräumen was macht den motor vorne ich habe noch einen mitgegeben ist das da vorne ist der totenkopf abgerissen wie gesagt bist du es hier vorne Drehst du dich? Schade eigentlich wie er da entgegenkam oh man ich hätte echt schon gedacht da kann ich nicht mehr ausweichen aber waren glücklicherweise noch weit genug weg Piss dich lauri ja noch hast du nichts geschafft Piss dich die gemacht hier ey er versucht mich zu drehen kriegt er nicht hin der Lappen oh hui oi 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 oh da haben wir aber gerade ein bisschen gepresst gegeneinander oa aua ja ein bisschen gepresst würde ich das jetzt nicht nennen ne ich fahr unten lang das ist mir zu heiß was war das von mir ne jämmerliche Einlage ui 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 wie ich da gerade gejumpt bin Uwe ja Uwe weg mit die Uwe oh warte mal ein bisschen oh Gott ich hab dich gar nicht gesehen und du bist fast los ja ich hab nur noch zwei Leben ok die letzte Runde muss ich nicht überleben ich hab eins ähm ich sehe gerade man muss auch Runden fahren und ich die Leute weghauen oh ich bin tot Uwe hat mich gekillt jawollo ich hab ein Leben ich hab ein Leben ich hab ein Leben wo ist Mo wo ist Mo lebst du noch ui 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 ja das ist Mo du bist tot ne du hast Mo getötet ich hatte nur noch ein Leben ach mein ey auf dich ist kein Verlass nein Uwe jaa sehr gut Uwe oh Gott rausgedreht keine Ahnung wer das war aber ist egal ne Uwe hat gewonnen ach scheiße ich muss hier noch ne Runde fahren ja ne du musst glaube ich bloß auf den Ring hier fahren dann hast du es ja ja aber immerhin mit 19 Leben ist das nicht jaa sich halt mal nicht so anstellen jetzt ich wusste gar nicht dass man Runden fahren muss was ich hab nicht gedacht das fällt dir aber auch zeitig auf ja 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 nein nein so ein Ficker nicht scheiße fuck geil geiße ey sehr sehr geil ach wir haben noch einen der als mitpferd Uwe weg ja kannst du vergessen Jack du bist einfach zu langsam ja deinen Harsch gekriegt hab ich ich halt alle hinter mir auf ja wenigstens bin ich nicht in der letzten Runde als erster rausgeflogen bin ich auch nicht ja von uns von uns dreien war sie als erster weg oh Gott ist es nicht scheiße statt oh oh da wich diese Sprungschanze nicer Dicer Fusion so und auch schön gejumpt geil das ist richtig schnell lauri macht hier jetzt einen auf möchte gern erster alter schon wieder geil ja ist egal ich hab nur 30 verloren scheiß ich hab mich gedreht oh ne ich bin schon wieder gleich tot alter Jack wie viel Leben hast du noch hast du noch Gott Harvester Arsch wegfahren Jack wie viel Leben hast du noch ich 63 scheiße ich hab noch 41 Mann willst du noch mal gegen mich fahren Geschwindigkeit zu hoch leck mich ich bin eh schon scheiße langsam oh oh yes alter 49 vor allem hab ich dich von hinten auch noch mal drauf gedrückt hab ich bin tot jawoll ich bin hier gerade voll durchgereicht worden oh geil Junge Junge so macht das doch Spaß hier ich muss den Lappen Lauri vielleicht vielleicht sollte ich auch mal schnelle Autos nehmen er lebt noch mit dem Müllhaufen oh ich ich lieg auf der Seite oh auf der Seite mhm oh ich lieg nicht mehr auf der Seite oh ne ja was machst du da Lauri na wenden in drei Zügen oder demoliert sein danke Uwe oh fick dich Uwe das war ein plain game ach so ok das sah aus wie der BattleBuzz das war ein bot das war ein bot das war ein bot das war ein bot der BattleBuzz Uwe lebt noch du bist der einzige der von uns noch lebt Uwe lebt noch Uwe lebt noch ah ne da gibt es noch diesen all gapi der Uwe ist aber auch gleich tot Uwe lebt noch so wie das aussieht ich trotz von dir Alter was sind das für Kameraansicht und warum kann ich die nicht einfach drehen ey so wie wäre es mit freier Kamera nee Zielkamera nee äh es soll dann mal fertig werden ich will weiterfahren das ist gut stoßstange oh mutteraube frei ja der Uwe der hat glaube ich keinen Bock mehr irgendjemanden zu rammen oder so meinst du die Skeletten da oben drauf ey die da rumliegen na verfolgung ich fahr mal im Ziel Uwe was ist denn los hier ich will was sagen ich hab jemanden raus genockt einfach ich hab die Nummer 8 raus genockt einfach weil er gegen mein Auto gefahren ist boah Leute jetzt kommt mal ins Ziel Geil Geil wenn du so weiterhierst Uwe glaubt down aber Uwe nimm noch die guten Leute mit obo Jellyfrox mh na der eine ist jetzt im Ziel ja und Uwe fährt noch gegen die Bots geil macht richtig Spaß so ein trottel aber mal auf den namen was hast du eigentlich erwartet stellt sich an als wäre voll der uwe zum richtigen wesen werden die zeit noch nicht runter gezielt wird sie nicht doch ja auch ich hörst doch schon ticken im hintergrund gerade weil der allgb am ziel war der uwe du bist so ein fürst ich schaue wir gar nicht mehr zu was machte er fährt hier in der gegend rum also der fährt hier sein rennen noch jetzt zählt die zeit runter ja ja aber schon länger das wirst du nicht das ticken schon vorher gehört endlich was habe ich für ein eiswagen vor mir uwe verpiss dich für uwe verpiss dich dann fährt hier rum als eisonkel was willst du wo wenn man sich ins heck fährst dann macht das wenigstens ordentlich und das war richtig stark die erste kurve von mir nah ist die kurve verkackt habe jetzt ja morgens sterben okay dann versuchen mich jetzt versucht doch mich zu holen mein ja ist ja kein problem bisher direkt vor mir ja das ist jetzt blöd oder nein nicht in die wand so nicht in die wand wissen die hast du ja auch verbremst oh gott sprung schanzen du bist genug bestraft mit dir selbst das hat ja keinen zweck ich habe es irgendwie geschafft nicht mich umzubringen ja es ist schon mal viel wert alter dieser race feiert oder was auch immer das ist keine andere grünes sternchen was ist das ist an bord holy moly verbremst ich bin zu doof zu sparen bremst warum was machst du da ich bin geflogen erfahr doch mit ich habe gedacht das wenn flugsimulator was keine spiel mein bein juckt dann kratzes ne geht nicht meins auch das zwischen den anderen schön dass du das heute übernimmst ja natürlich ein fehlende blätter online von ab überschlagen scheiße dort bin ich jetzt bin ich dumm und weiter geht's easy peasy ja irgendjemand muss das ja übernehmen also erst mal im bord weg geräumt so muss das doch sein ich da sie muss sagen ich war mit meinem wohnmobil war ich besser ja okay aus mehr haftung gab was werden wir einfach nicht rein jetzt rutsche ich hier oben auch rüber mache ich hier dem ich werde schon wieder den rasenmäher motor ist schon wieder hinter mir ich bin Platz 10 ja jetzt bald gleich nicht mehr denn der raschen mit denn der raschen merken er ist wert minus 32 sekunden zu mir ja dass dieser komische was der erste ja so er zu mir hat er minus 10 also bin ich 22 sekunden vor dir mann ich lange nur stirbt ich habe nach 84 hell ich habe noch 90 alter wie ich immer am rumjumpen bin nach diesen oh gott autoren hat sich gerade einer überschlagen das war ich halt du wäre ich nicht nur hilfe wie man dann überrunde ich dich ja auch gleich noch oder was überrunde ich dann doch sein das ist doch so ein mann ich verbremse mich immer ich verbrenne sich das ist ja gemein oh nee kommt oh yes nein ne scheiß kurven oder heiße lg3 super trick einfach hier in der mitte zwischendurch siehst du oh scheiße das ist das blöde hier ja mal check sehr sehr gut um die kurve ja dieses mal findet sich jetzt auf stadt ziel wie sie jump und schafft auch ein rennen zu beenden nicht so klar für die fans hinter so morgen fahren wo müssen erfahren jetzt auch gerade auf stadt ziel so wie ich das sehe ich bin mir nicht sicher schafft es aber nicht ganz ins ziel schade ihr dummen nix das war auf jeden fall eine weitere runde breakfast mit benny und jack so jetzt haben wir es auch richtig gemacht schaut gerne bei den anderen beiden mit rein seid beim nächsten hau wieder mit am start bis dann heute tschau ciao Ciao.